Jo Leute, hier sind wir wieder und ich begrüße euch zu diesem neuen Video und ich möchte jetzt bei Fotei euch ein Biest-Spieler vorstellen. Es ist der beste, wirklich beste Infanteilier. Der beste Silber-Ein-Verteidiger, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es ist sehr, wie gesagt, Silber, aber ich sehe halt nicht, wenn ich Ho eingehe, weil es teilt ein Koreaner, von daher, ich suche ihn kurz. Und hier ist er auch. Und er spielt bei Augsburg und er hat 81 Antritt, 80 Sprintspiel und 91 Stärke. Er ist das übelste Biest. Er hat 91 Sprungkart und er ist 1,86 Meter groß. Auch für Infanteilier hat seine Total Stats nicht schlecht, 392. Er hat von Infanteilier sehr gute 69 Übersetzung. Die Aggression ist vielleicht nicht ganz so gut, von 67, also die Aggressivität. Er hat auch eine gute Kopfballpräzision, 70 und er hat auch gute Pass. Und das war auch eigentlich schon ein Schnitt des Ende des Videos. Man kann ihn halt sehr gut in Korea-Teams einbauen oder auch hält in Bundesliga-Teams. Und er hat gute Creator-Rating und sehr gute Defender-Rating. Das war's. Jo, haut rein. Ciao. Ciao.